Die restlichen Ballons holen wir dann später noch und bringen die an. Jetzt erst mal wieder rein hier und das Baby versorgt. Lauter. Huah! Huah! Gut, rein zum Baby. Und wir sorgen mal ein bisschen für Stille. Was hier äußerst notwendig ist, denn hier ist es äußerst laut drin. Klappe halten! So, zumindest das Baby ist ruhig, wenn gleich die Musik hier doch schweinlaut ist ansonsten. Gut, das Baby ist still und wir haben unseren Dienst erledigt. Hat sich schlafen gelegt. Ich weiß nicht, diese Spielurte drin, die ist so unglaublich laut gestellt. Gut, wir haben unseren ersten Job als Hofzauberer getan. Und damit haben wir für den Rest des Tages sich frei. Ich glaube, ich habe ihn heute genug gelangt. Gut, wir müssen nicht mal mehr mit ihm reden. Wir haben frei, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Jetzt dürfen wir auch, das hätten wir vorher nicht gekonnt. Glaube ich. So, wir gehen erst mal einfach geradeaus. Mal schauen, was passiert. Du kannst dir nicht durchmachen. Das ist Schmerrgebiet. Hey, warte mal, du bist das? Ja. Müsste ich euch von irgendwoher kennen? Spiel nicht den ahnungslosen Kleiner. Du trägst die Schultern in den letzten drei Jahren unseres Lebens. Wartet mal gerade. Nicht jeder hat das letzte Spiel gekauft, wisst ihr? Falls du es noch nicht weißt, dies sind die beiden Dämonen aus dem letzten Spiel. Ich habe ihnen damals einen Gefallen getan, indem ich sie zurück in die Hölle geschickt habe. Nun, nach ihrer unfreundlichen Begrüßung zu urteilen, ist dabei wohl irgendetwas nicht ganz planmäßig verlaufen. Ihr könnt fortfahren. Nicht ganz planmäßig ist eigentlich eine glatte Untertreibung. Untertreibung, ja. Gut, der zweite hier drüben, der ist, wie wir aus dem ersten Teil wissen, nicht allzu eloquent. Aber wir kennen die beiden halt aus dem ersten Teil. Die sind eigentlich ganz futzig. Und auch diesmal werden sie das Zusammentreffen mit uns nicht gerade in bester Erinnerung behalten. Aber das wird sich ziemlich schnell erledigen, denn wir haben alles dabei eigentlich, was wir hier brauchen. Wird das wieder so eine endlose Diskussion? Glaub ja nicht, dass du so einfach davon kommst. Wir Dämonen glauben nämlich eigentlich an Rache. Rache, ja. Wie wär's mit vergeben und vergessen? Du musst das von nun unserem Standpunkt aus sehen. Wir haben drei Jahre lang in dieser vierklassigen Stadt verbracht. Wir mussten eigentlich jede Arbeit annehmen, die wir angeboten bekamen. Welche Art von Arbeit? Bis vor ein paar Monaten waren wir noch die sonnenverbrannten Clowns. Clowns, boah, ey. Wir haben Kindergeburtstage geschmissen und so'n Zeug. Klingt ja aufregend. Sich Eiscreme über die Hose zu schütten und mit einer Pappnase herumzulaufen. Welche Hose? Pappnase, boah, ey. Das ist nicht sehr dämonenhaft, ne? Wir waren eigentlich das Gespött unserer ganzen Zonf. Und du allein trägst die Schuld daran. Wer stellt zwei Verlierer wie euch ein? Der König zum Beispiel. Wir sind die königlichen Rausschmeißer. Rausschmeißer? Boah, ey. Eigentlich wird es jetzt auch Zeit, dich, du weißt schon, rauszuschmeißen. Rausschmeißen? Ja, ey. Und damit geht's abwärts zu Simon. Oh, shit. Mache ja nicht so einen Lärm. So, ja, wir sind wieder rausgeschmissen worden. Da müssen wir doch mal irgendwas tun. Und wir haben schon mitgeklickt. Wir können oben am Absatz erstmal stehen bleiben, ohne, dass die uns kriegen. Ohne, dass die uns hier erscheinen. Und genau an der Stelle müssen wir jetzt auch mal ansetzen. Wir brauchen irgendwas, um die aufzuhalten. Und dazu ist jetzt der Kaugummi-Gut. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Oh, dann machen wir erstmal, warte mal, dann müssen wir erstmal den Shake benutzen. Ja, das ist ein Shake. Denn wir müssen ein wenig hier die Sache verkleben. Bist du so eine Art Masochist, Kleiner? Ich dachte, das wäre der Kaugummi gewesen. Aber gut. Das tut's auch. Auf jeden Fall ist das Zeug eine super Konsistenz, ne? Ja, und so erledigen es sich die Dämonen von selbst. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Trotzdem war es sehr befriedigend. Finde ich auch. Tja, können wir eigentlich noch mit denen reden? Das sieht aber sehr verdächtig aus, Jungs. Warte nur bis zum nächsten Spiel. Ja, das war's auch schon wieder für die Dämonen. Die werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen in diesem Spiel. Die haben wir aus dem Verkehr gezogen. Und nun können wir den Weg, den wir beim ersten Mal gewählt haben, erneut versuchen. Nämlich über die Balance zum Fenster hin in die Schatzkammer. Wo wir, und das ist ja eigentlich das, was hier unser Ansinnen ist, das Bedful kriegen können. Den Energy Drink für den Schrank. Ist schon lange her, dass wir überhaupt... Rösten in der Hölle. Ja, ja, rösten in der Hölle. Die Höllenrüstung. Äh, das ist schon lange her, dass wir diese Aufgabe gekriegt haben. Aber nun können wir sie endlich erfüllen. Viele mussten wir machen, viele Umwege gehen. Aber jetzt braucht es nur noch zwei weitere Ballons. Und dann haben wir's. Ja, wissen wir doch. So. Noch ein Ballon, her damit, bla bla bla. In die Mütze. Und rüber zum Marktplatz. So, wieder dran, Gang, das Ding. Und dann holen wir uns noch den letzten Ballon. Und damit sollten wir dann endlich zur Schatzkammer kommen. Es wird Zeit. Aber das Spiel ist dann noch nicht vorbei. Das kann ich schon mal verraten. Entschuldige bitte. Ja. Da kommt noch mal eine ganze Ecke. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? No. Wir haben ja auch Sordid und seinen kleinen Kompagnon da in der Schicksals, äh, auf dem Schicksalsberg in seiner Festung schon ewig nicht mehr gesehen. Und genau dort werden wir noch mal hinkommen. Aber das dauert noch ein wenig. Erstmal hin zur Schatzkammer. Und diesmal hält uns keiner auf. Wir holen uns das Bett vor. Hei in Dänemark. Was ist da unten gerade das Schafkopf über den Fluss gestürzt? Okay, wir sind endlich da. Und leider können wir mit diesen ganzen schönen Sachen hier nicht viel anfangen. Wir können uns natürlich mal den Sarkophag anschauen. Aber hier geht's nach unten. Ich glaub, wenn wir die Kiste ausgewählt hätten... Mann, wir hatten endlich mal einen Haufen Geld. Ja. Ich glaub, wenn wir die Kiste ausgewählt hätten, wäre dasselbe passiert. Aber hier ist der eigentliche... Die eigentliche Schatzkammer. Und schon wieder eine nackte Tussi. Also, ich weiß auch nicht. Der König, der ist super. Der König gefällt mir total. Hm, und was könnte wohl das Bettful sein? Weiß nicht, vielleicht das hier? Da ist es. Okay, wir schnappen uns das Zeug und dann raus hier. So schnell wie möglich. Das muss das Zeug sein. So. Kommen wir hier wieder hoch? Oder müssen wir durch die Tür raus? Okay, wir kommen wieder hoch. Äh... Verrückt. Klar, Physics und so, ne? Wir gehen aber kurz nach unten. So. Wir schauen nämlich nochmal kurz hier drüben vorbei, bei der Tür. Hallo. Warte nur bis zum nächsten Spiel, Junge. Wir kommen wieder. Wieder, ja. So. Versuch das nächste Mal unverklebt zu kommen. Die zwei wollte ich noch besuchen. Ja. Gut, die zwei wollte ich noch mal aufsuchen. Da haben wir sie nochmal gesehen, unsere Freunde. Und damit geht's rüber zu Kalypso. Verrückt. So, jetzt sind es wieder drei Schafe unten. Oh oh. Oh oh. Wie lacht das? Oh oh. Warum muss sowas immer mir passieren? Tja, Simon. Das Leben ist hart. Und wieder geht ein Zahn verloren. Wenigstens habe ich das Bett voll. Ja. Und mit dem begeben wir uns sofort zu Kalypsos Laden. Denn geht es denn jetzt schon wieder zurück? Oh. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Äh, Entschuldigung. Wissen Sie, wo Kalypsos Zauberladen ist? Ja. Ein einfaches Nein hätte gereicht. Sympathisch. Alles klar, Käpt'n? Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Käpt'n. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Käpt'n. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Käpt'n. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Käpt'n. Sicher? Jo, Käpt'n. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Käpt'n? Ist er gelichtet? Jo, Käpt'n. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Käpt'n. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Käpt'. Gut, ihr Landratten. Verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also, mach das Beste draus. Entschuldigung? Ja. Gut, wir sind gefangen genommen worden und uns wurde alles gelassen, bis auf das Badful. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber, naja, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen indisponiert, weil, ja, ist jetzt schwierig, ne? Der Schrank, der ist recht weit weg. Und das Badful im Besitz der Piraten. Da müssen wir irgendwie wieder rauskommen. Wer ist bescheuert und trägt einen großen, schwarzen Hut? Wer ist bescheuert und trägt... Okay, der lange John geht. Na prima, Mr. Vorlaut hat mal wieder zugeschlagen. Und wir sind alleine mit unserem Mitsklaven, mit dem Muskelpaket, hier in Frachtraum. Wir sind die beiden Sklaven, die verkauft werden sollen. An dieser Stelle mache ich aber mal eine Aufnahmepause. Wir speichern und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir schauen, wie wir hier rauskommen, wie wir wieder an das Badful kommen. Und wie wir wieder zurück auf die Insel in die Stadt gelangen, um endlich den Schrank anzuwerfen und in unsere Dimension zurückzukehren. Und was ist mit Sordid und seinen Kollegen? Hm, was machen wir denn da noch mit denen? Gut, wir werden es sehen beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss!